Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warum Comedy. Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 20. März 2020. Ja, war irgendwas in den letzten anderthalb Wochen, was Comedy betrifft? Ich weiß es nicht. Vielleicht nur, dass wir die nächsten Wochen und in absehbarer Zeit erstmal keine Shows mehr machen werden. Das ist natürlich auch ein Thema, das meinen heutigen Gast und mich beschäftigt hat. Es ist Christine Juxch. Christine war aus Köln angereist in München beim Quatsch-Comedy-Club zu Gast. Und ja, die Stimmung war etwas gedrückt, muss ich sagen. Das ist ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt. Aber dennoch ist es ein sehr schönes Gespräch geworden. Wir haben über alles Mögliche, über Open Mics, über Schauspielerei und so vieles anderes gesprochen. Zum Beispiel auch den Ort, wo wir aufnehmen. Du warst ein bisschen skeptisch, glaube ich, was das anging, hier bei mir in der Wohnung vorbeizugucken. Nein, das war einfach nur so. Ja, aber es ist wirklich was, was ich mir echt überlegt habe, ob ich mir nicht doch irgendwo einen neutralen Ort suche, wo ich meine Podcasts aufnehmen kann. Weil das ist auf jeden Fall komisch. Hey, wir kennen uns nur sehr flüchtig. Komm noch mal zu mir in mein Wohnzimmer. Ja, das war schon ein bisschen. Nein, nein, nein. Es war einfach nur so ein lustiger Scherz. Na ja, komm bitte. Ich weiß, ich kenne mich in München ja eh nicht aus. Weißt du, wenn du jetzt gesagt hast, okay, ich wohne in Hamburg und da kenne ich mich aus. Ja, komm mal da hin. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, kein Problem. Aber so München ist so, ja, komm mal da hin. Dann gucke ich mir das an, denke mir so, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich weiß nicht, was das für eine Ecke ist. Und dann, ja, kommt man hier rein und irgendwie 20.000 Zimmer. Das kommt doch erschwerend hinzu, ja. Hinter welchem ist jetzt das Mordzimmer? Ach, da gibt es bestimmt einige. Also, was hier so für Leute rumlaufen. Das ist schon krass, ne? Aber alles eine Zimmerwohnung, ne? Ja, bis auf diese hier. Ich habe eine der wenigen zwei Zimmerwohnungen hier im Haus. Ach, da findet sich noch was hinter. Da ist noch ein Schlafzimmer dahinter. Ich glaube es ja nicht. Ich auch nicht. Du hast es geschafft. Ich auch nicht. Mein Kontoauszug kannst du auch nicht glauben jedes Mal wieder. Ja, aber du hast es ja noch gut. Alexandra Schiller habe ich damals auch mein Hotelzimmer eingeladen. Ach so, das ist natürlich auch geil. Ja, ich bin Motor One. Ne, Ibis Budget. Ah. So ganz billiges Zehnerzimmer oder das haben die bei Ibis Budget nicht, aber auch lustig. Ja, nee, aber das ist, nee, aber ich freue mich, dass du hier bist, dass es vor allem geklappt hat. Mhm. Trotz sämtlicher Umstände. Ja. Du hattest jetzt gestern die erste von zwei Quatsch-Club-Shows in München. Genau, ja. Wie ist das gelaufen? War die Stimmung anders als sonst? Ähm, ähm, ja, es war schon ein bisschen, ähm. Was, mein Gummi wäre mal kurz auf. Also es war schon ein bisschen, ähm, weniger los. Also es waren, glaube ich, 40 Leute da. Wirklich? Ja, was, glaube ich, nicht so viel ist. Also die Location gibt, glaube ich, mehr her. Also es sah auf jeden Fall mehr, also als würden da mehr Leute reinpassen. Ja, und dann waren halt so 40 Leute da und, aber auch relativ junge Leute, was natürlich auch schön ist, so, ne, also, dass man auch jüngere Leute im Quatsch-Club sieht. Nicht, dass das sonst nicht der Fall ist, aber, ne, ist ja auch ein bisschen Touristenpublikum auch, so, ne. Ähm, naja, und dann war die Stimmung, also der Simon Schäbler hat moderiert und der hat das echt gut gemacht und hatte so einen mega geilen Gag. Am Anfang, ich musste so lachen, oh Gott, so lustig, er hat irgendwie gesagt, ja, äh, lass uns doch den Elefant im Raum jetzt mal ansprechen und so, ja, wir wissen doch alle, ja, es ist doch scheiße, dass der Bachelor keine zwei, keine Rosen vergeben hat. Das ist so ein typischer Gag, aber ich hab mich so, also es war einfach so charmant und nett von ihm gelöst und hatte natürlich auch noch doch Corona angesagt und dann, äh, angesagt, beziehungsweise angesprochen. Anmoderiert. Ja, äh, jetzt kommt Corona. Für euch, eingeflogen aus China, Wuhan. Nee, äh, ja, und dann hat er das, war aber cool, also ich fand die Bühne auch super, ich fand den Laden auch sehr schön, ich finde das Gelände drumherum irgendwie so sehr spannend. Also wirklich sehr spannend mit dem Riesenrad und, ja, weiß ich nicht, da gegenüber war dann halt so eine, also bei uns würde man das Dorfdisco nennen, Willenlos hieß das. Ah, schön, ja. Wo dann irgendwie ab, äh, 10 Uhr irgendwelche Zwölfjährigen davor ihre Kula mit Korn oder was weiß ich, Wodka tranken, das war ganz lustig, ja. Ja, das, das Werksviertel, das Werksviertel ist, ist, äh, ich weiß nicht, ob es im Kommen ist, aber irgendwas, irgendwas passiert da. Ja. Ähm, also es gibt so, ja, diese, ich weiß nicht, ob du dir auch gesehen hast, so eine Containerstadt in Anführungszeichen, die da drin ist, wo halt. Ja, da war, da ist irgendwie alle, also das ist so ganz komisch, Hauptsache dieses Riesenrad steht da, ne, also ich meine, ich denke mir so, äh, irgendwie meinte der Christoph, der vom Quatschclub, der Amtleiter, meinte so, äh, ich weiß gar nicht, ob er der Amtleiter ist oder irgendwie, ist auch egal, auf jeden Fall hat er da was zu sagen, so. Und er meinte dann so, ja, das ist hier so ein bisschen Berlin, äh, die Müncher wollen jetzt einen auf Berlin machen und ich, ja, aber nur mit mehr, mehr Geld, ne, weil natürlich stellen wir uns jetzt hier erstmal in München so ein Riesenrad, aber ich weiß auch nicht genau, was da alles ist und der Freddy, was Farsadi, der auch mit jetzt im Liner war oder ist, der kommt ursprünglich aus München oder ist hier irgendwie, war hier ja lange, lange Zeit und er meinte, früher war das so ein Disco, zehn Diskotheken nebeneinander in dem Bereich. Und die Kultfabrik, glaube ich, war das mal, also und Optimol-Werke und so hieß das ganze Zeug, ja, ich war da nie drin, aber, äh, ja, früher wurde da einfach nur, waren da nur die Zwölfjährigen mit ihrem Cola-Korn, äh, und mittlerweile steht auch ein Riesenrad. Ja, der hat ja Freddy dazwischen, ne? Und ein Riesenrad jetzt. Ja, genau, aber es ist trotzdem, ja, sah ja ganz nett aus. Aber, äh, bist du das erste Mal in München? Nee, ich bin, äh, tatsächlich schon mal hier gewesen vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren, weiß ich nicht genau. Genau, und so habe ich hier was gedreht für ZDF, Aktienzeichen XY, habe ich hier gedreht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo. Auf jeden Fall hatte ich damals, gab es Airbnb noch gar nicht, noch nicht so krass hier in Deutschland, oder so, oder so Couchsurfing gab es auch nicht. Und dann, ähm, wollte ich aber eine relativ günstige Übernachtung haben und dann habe ich irgendwie so Ferienwohnung, bla, bla, bla. Und dann habe ich auch irgendwie zwei Nächte bei so einer Frau in ihrer Wohnung übernachtet, was so Airbnb ist. Aber damals gab es halt noch nicht so krass. Und, ähm, nee, es war irgendwie auch super schräg bei der. Aber trotzdem, ja, das, ich war schon mal in München, ja. Ja. Aber diese Airbnb-Situationen sind immer ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt, ja. Also, ich finde halt immer, du, du bist halt dann bei jemandem, auch wenn der nicht da ist, ist es halt immer noch die Wohnung von dem. Es gibt Leute, die kümmert das überhaupt nicht und die denken, ich habe dafür bezahlt, ich nehme jetzt die Wohnung auseinander, aber. Ja, es gibt da solche und solche, ne, also ich bin es immer so, ich traue mich gar nichts anzufassen, wenn ich weiß, da wohnt halt jemand, ne. Aber ich war jetzt neulich in Paris, kurzer Einwand. In Paris, äh, letztes Jahr, aber er hatte da auch ein Airbnb. Und der Typ, ich habe halt extra geguckt, dass man eine Wohnung für sich hat, so, ne. Und das war aber wirklich nur ein Wandschrank, diese Wohnung. Da war echt noch aufgemacht, Bett. Und so eine Koch, ein Koch, ähm, wie heißt es, eine Kochplatte. Und wir haben da zu zweit halt übernachtet, ne. Aber das war auch cool, aber es war halt echt so Wandschrank. Ja, mein letztes Airbnb war in Köln tatsächlich, äh, in der schönsten Gegend der Stadt, direkt am Heumarkt. Ach, ah, hallo. Und, äh, ja, habe ich auch, äh, sechs Podcast-Folgen aufgezeichnet. Echt? Das heißt, ich habe die Creme de la Creme der Kölner Nachwuchs-Comedians in mein dreckiges Einzimmer. Ja, und mich nicht. Ich war nicht eingeladen. Jetzt muss ich extra nach München fahren. Ja, genau, bist extra, extra zu dem Podcast nach München gekommen. Ja. Ähm, nee, aber du bist, äh, du bist ja auch keine Kölnerin, du kommst ja aus Bremen ursprünglich. Ja, genau. Also nicht direkt Bremen. Ich sitze hier immer auf der Bühne, weil es dann einfacher ist. Ja. Aber in der Nähe von Bremen nicht aufgewachsen. Mhm. Genau. Ähm, aber du bist jetzt wie lange schon in Köln? Erst eigentlich, äh, drei Jahre jetzt. Okay, lass mich kurz rechnen. Ich war im komischen Club, als es eine der ersten Ausgaben war, ist das nicht schon drei Jahre. Wann habt ihr den angefangen? Ähm, ja, nee, vielleicht, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es nicht doch schon vier Jahre sind. Lass mich raten. Warte mal, ich bin, ich glaube, 2017 bin ich nach Köln gegangen. März 2017. Dann ist das jetzt genau drei Jahre her. Ja, dann ist es nämlich doch. Okay. Hm, drei Jahre. Dann, äh. Ja? Nein. Weil jetzt lass mich rechnen, wann war ich das erste Mal in Köln? Ja, nee, aber das, äh, kann auch gut sein, dass ich da falsch. Aber wann habt ihr den? Vielleicht haben wir auch, äh, vielleicht war ich auch, warst du schon da und ich war noch nicht direkt in Köln und ich hab schon was moderiert oder so, wer weiß. Ja, das, das, das kann auch sein. Kann ich auch sein. Aber, ähm, du hast ja mit Lena zusammen den dann, äh, gestartet. Ja, genau. Wann auch immer genau das war. Mhm. Also genau, Lena hat ihn zuerst, äh, mit einer anderen, äh, Kollegin gemacht und dann bin ich eingesprungen und jetzt, äh, macht sie ja den ja komplett alleine. Ja, genau. Ja, aber das war ja, äh, äh, eine absolute Revolution, dass es in Köln einen zweiten Comedy, ja, das war, eine zweite Comedy-Veranstaltung. Das ist ja unglaublich, jetzt immer noch für einige unglaublich, ja. Ja, das ist ja, also, bei uns in München ist ja jetzt in den letzten zwei Jahren eine riesige, verhältnismäßig riesige Szene gewachsen und das ist ja auch das, wo auch viele, viele Berliner, auch hier im Podcast sich schon drüber, äh, was das richtige Wort, ja. Also sie freuen sich über die Münchner Szene, aber, äh, sie, ähm, dann kommen sie sofort aufs Thema Köln, wenn sie gesehen haben, dass jetzt in München aus dem, aus dem Nichts quasi eine große Szene entstanden ist und die Comedy-Hauptstadt Deutschlands, ja, was Open Mics angeht, noch nicht so da ist. Ihr habt jetzt, äh, also, äh, Tobi und Maria machen ja jetzt, äh, Killer-Comedy, ähm, aber also wirklich mehrere wöchentliche Shows gibt's außer Beugen? Ähm, ja, es gibt jetzt noch Fifi-Bar halt, einmal, das ist ja ein Open Market, das findet jeden Sonntag statt und das findet jetzt auch jeden Dienstag statt, also zweimal die Woche. Dann gibt es noch Blue Tuesday mit der Vicky Blau und dann... Aber das alle zwei Wochen? Ja, das alle zwei Wochen, wenn, äh, manchmal auch nur einmal im Monat, da, ich glaub, da ist so die Vicky und auch, äh, die Lena versucht's natürlich auch zweimal im Monat zu machen, aber manchmal ist es auch so, weißt du, dann kommt dann was dazwischen und wenn man das alleine organisiert, ne, ich mein, du würdest es ja auch kennen, dann denkt man sich, ja gut, dann lass ich's halt jetzt mal ausfallen, ne. Ja, ne, und dann gibt es jetzt noch vom Javid, heißt der, Javid Comedy nennt er sich, ähm, der macht jetzt auch einen Open Market, das heißt Böse Zungen und, ja. Also es ist, es ist schon im, im Kommen auch. Ja, es ist im, im Kommen, aber ich weiß auch nicht genau, ja klar, ich verstehe dann auch, wenn ein Berliner sagt, ja, die haben ja gar keine Open Marks oder hier aus München, ne, explodiert ja gerade ungefähr, was ich halt auch super cool finde. Ich hab's jetzt noch zu keinem geschafft, aber, ähm, es wird jetzt kommen nach, äh, after Corona, der after Corona Comedy Boom, der wird jetzt kommen in, äh, sechs Wochen, was weiß ich. Okay, ich bin nicht beim Wort. Nein, und, äh, was wollte ich jetzt sagen, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen schade, aber ich hab irgendwie das Gefühl, trotzdem fehlt, fehlt es mir jetzt nicht, also ich hab trotzdem das Gefühl, ich trete genug auf, es könnte natürlich, ist, in Berlin ist man, kann man jeden Tag auftreten, aber ich hab jetzt trotzdem nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwie ein, ähm, aber ich bemühe mich ja auch, dass ich viele Auftritte habe und dann, und Arttheater gibt's ja auch noch einmal, äh, alle zwei Monate, ja. Also, äh, alle zwei Wochen, Entschuldigung. Aber das, das Schöne an den, an den Open Mic's finde ich halt einfach, dass das so, so ungezwungen ist, so die Leute zahlen irgendwie gar kein oder sehr wenig Geld, äh, und du kannst halt einfach was ausprobieren, weil sobald du halt irgendwie dann, äh, einer von vier Comedians für 15 Euro Eintritt bist, dann hast du da nicht mehr so die Sicherheit einfach mal für sieben Minuten irgendwie Unsinn zu reden, in der Hoffnung, dass du für dich da was rausziehen kannst. Ja, klar, natürlich. Äh, wie ist denn das für dich, wenn du komplett was Neues ausprobieren möchtest, dann? Ja, also, äh, wie meinst du die Herangehensweise? Ja, ja, also so, äh, weil, also für mich ist das, äh, habe ich jetzt den riesengroßen Luxus, dass ich einfach mich bis zu zwei Tage vorher einfach irgendwo anmelde und das eh drei, viermal die Woche mache. Äh, und dann gehe ich da hin und dann habe ich eine Minute sicher am Anfang, eine Minute sicher am Ende und dann inzwischen fünf Minuten, wo ich einfach irgendwas rede, was mir am Ende deutlich mehr hilft als dem Publikum. Ja, so geht es mir eigentlich auch immer, also ich, ähm, also ich setze, ich überlege mir halt irgendwie oder mir kommt irgendwie ein Geistesblitz, so von wegen, ah, darüber möchte ich mal was machen oder darüber möchte ich mal was erzählen oder, ah, ich habe halt das Thema, das passt ja noch dazu. Und meistens ist es dann so, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade irgendwie, diese Nummer habe ich jetzt auch gerade im Quatschclub gespielt, die habe ich jetzt seit Anfang Januar quasi, habe ich da so ein bisschen dran angefangen zu arbeiten. Und zwar ging es da, geht es darum eigentlich um, dass ich ja Tante bin und mein Neff und meine Nichte und was ich denn für eine Tante bin und so und, äh, das Thema Kinder auch und so in dem Zuge. Und dann habe ich einfach mal was runtergeschrieben, einfach nur, weil es mir so auch auf der Seele brannte irgendwie und dann bin ich, äh, bin ich zum Open Mic in die Fifi-Bar und habe dann aber nicht die Selfie-Nummer mit Selfie am Anfang, Selfie am Ende. Ich so, ach, ich ziehe das jetzt ja durch und dann ich so, oh Gott, jetzt, wenn jetzt keiner das mag, ja, sie werden mich hassen. So, weißt du, wie du dann da hingehst, obwohl du ja eigentlich gar nichts zu verlieren hast, aber man macht sich so selber den Stress und dann, äh, mache ich da so mal ein paar Jokes da drüber, habe dann noch so auf, ähm, ähm, äh, das vom Testen. So abgelesen teilweise, so, ist ja auch ein bisschen Übersprungshandlung, damit du dich nicht ganz so verloren fühlst. Und dann kam das irgendwie ganz cool an und dann habe ich halt so die Besten davon rausgepickt und bei einem nächsten Open Mic habe ich dann quasi, dann aber diese Nummer gemacht mit Selfie anfangen, dann diese drei, vier, fünf Gags dazwischen, die neun und dann, ähm, Selfie raus. Und dann, äh, hat sich dann entwickelt, dass sich die quasi jetzt eine Nummer so ein bisschen gebaut hat und je mehr ich die spiele, desto, desto fester wird sie natürlich auch bei mir. Und dann fallen mir auch noch dazu neue Dinge ein, wenn ich sie ein paar Mal gespielt habe. Mhm. So läuft das bei mir. Ja. Ja. Das ist sehr gut. Äh, wir hatten jetzt in München erst einen Kollegen, der das schon länger macht, der auch irgendwie, äh, TV-Moderator ist und sowas, also sehr sicher auf der Bühne. Aber der hat, glaube ich, jetzt zwei Jahre lang einfach immer, äh, einen geschriebenen Text. Den hat er sich zu Hause, äh, den Text geschrieben. Ja. Und dann halt an diesen Text Änderungen vorgenommen. Und jetzt hat er es, äh, irgendwie, glaube ich, vor einer Woche oder zwei das erste Mal so gemacht, dass er sich eben nur ein paar Stichpunkte aufgeschrieben hat. Und damit dann auf die Bühne gegangen ist. Ich habe gesehen, wie er, wie er vor Angst vergangen ist davor. Aber es macht so unfassbar viel aus. Also das finde ich, finde ich schon. Und du, wie du sagst, also da, da passieren halt dann auch irgendwie Sachen, mit denen du nicht gerechnet hast. Nee, voll. Und das ist halt so bei, äh, bei allen Nummern bis jetzt gewesen bei mir, dass mir echt, wenn du halt spontan natürlich mit deinen, äh, safen Gags da rangehst und dann, äh, lässt es aber auch mal kurz nochmal fließen. Dann habe ich jetzt auch so ein paar, äh, Gags, die ich jetzt festspiele, die sind einfach aus so einer spontanen, äh, Bühnenlaune entstanden. Wo ich auch dachte, ja krass, also das kann man dann auch zu Hause einfach nicht trainieren. Ja. Das musst du einfach testen und üben und weitermachen. Ja, nee, das ist das gerade das Schöne, das Schöne an den, an den Open Mics, wie ich finde. Und es ist auch schön zu, zu hören, dass es in Köln immer mehr wird und dass man auch, ja, ja, kommt, kommt, ist unaufhaltsam. Genau. Aber, ähm, wie ging das denn alles los bei dir in Bremen oder im Großraum Bremen? Ja, genau. Also es ging eigentlich damit los, ich habe meine Schauspielausbildung in Hamburg gemacht und, ähm, dann stellte sich irgendwie relativ, also als wenn ich das nicht gewusst hätte, ich war ja schon immer der Klassenclou, sondern, aber stellte sich dann irgendwie relativ fix raus, auch in der Ausbildung, äh, dass mir die, sag ich mal, die komischen Rollen besonders gut liegen und dass es mir halt auch nicht schwerfällt, andere Leute zum Lachen zu bringen, sondern allein durch meine Art, sag ich mal. Genau. Und dann, äh, war die Schauspielschulung aber vorbei und dann denkst du, okay, ich bewerbe mich jetzt am Theater, ich mache jetzt hier klassisches Theater, ich gehe jetzt, was weiß ich, wohin, an die Burg, nach Wien. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber, ähm, ja, du wirbst dich natürlich irgendwann und dann kam halt nicht so viel zurück und mich hat halt diese Abhängigkeit von in diesem Job einfach so total genervt, dass man sich immer bewerben muss und warten, warten, warten und man gar nicht so selber aktiv werden kann, weil einem das auch gar nicht so richtig beigebracht wird auf der Schauspielschule. Also, könntest du ja auch im Prinzip, äh, dir ein eigenes Stück schreiben oder ein eigenes Stück inszenieren oder was weiß ich, das ist ja alle Möglichkeiten. Und dann hab ich irgendwie gelesen, äh, von so einem Comedy-Workshop in Hamburg und dachte mir, okay, cool, äh, das mach ich jetzt einfach mal. Und dann hab ich das drei Monate gemacht und das war irgendwie auch ganz nett. Da ging's aber auch viel um so Bühnenpräsenz und wie man auf der Bühne steht und geht. Und ich so, na gut, das brauch ich jetzt nicht. Oder Stimme und sowas, aber so, äh, die Schreibsachen haben mich halt auch super interessiert, ne, wie schreibt, wie geht man einfach da ran, wie schreibt man was und so. Ja, und danach war das, äh, so der Startschuss für mich zu sagen, okay, ich, ich fang jetzt an, das war dann vor ungefähr fünf Jahren jetzt schon fast, ich fang jetzt an und, äh, probier mich mal aus. Und dann, seitdem bin ich halt dabei geblieben eigentlich und ich würd jetzt sagen, ja genau, dann hab ich ja nochmal ein Open Mic, beziehungsweise jetzt Comedy-Slam in Bremen, äh, eröffnet oder gemacht. Und ich würd jetzt eigentlich so sagen, bei mir seit einem Jahr, vielleicht auch anderthalb, ist es einfach so, dass ich merke, okay, ich kann da gar nicht mehr von los. Also, es hat mich halt so, beschäftige mich zu viel damit, dass ich das jetzt einfach nicht mehr machen kann. Und jetzt möchte ich auch mal ein Solo spielen und so und, äh, mir gefällt das halt so gut, dass ich beschäftige mich halt tagtäglich damit. Und deswegen möchte ich das halt eigentlich jetzt auch mittlerweile jetzt so professioneller angehen und sehen. Und jetzt klappt das ja auch, ne, also ich meine, je professioneller man selber das sieht, desto mehr gute Sachen kriegt man. Und dann spielt man auch im Quatsch-Club oder bei Nightwash oder so und dann, so geht's dann weiter einfach, genau. Sehr schön. Ja. Ähm, aber was gab's denn da so für, für Auftrittsmöglichkeiten vor fünf Jahren in, in Hamburg und oder Bremen? Ja, da fing das gerade auch erst, äh, gerade an mit der Open Mic-Szene in Hamburg und viele Locations, die es damals gab, gibt's jetzt heutzutage gar nicht mehr. Ähm, genau. Und dann musste man sich halt auch bewerben, so, ne, bei einem Open Mic, äh, zum Beispiel HafenCity gab's da eins, das gibt's jetzt auch nicht mehr. Ja, und da war halt echt, also die, es war, glaube ich, einmal im Monat oder alle zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wollten halt super viele auftreten. Mhm. Und man hatte gar keinen Platz bekommen und dann hat der gute Dennis Grund, hat dann, ähm, noch Open Mic gestartet. Und das war dann halt so, hat sich dann aufgebaut, ne, dann macht der eine das und so, oh, ich mach jetzt auch noch eins und ja, ich mach auch noch eins. Und dann waren auf einmal so zehn Open Mic auf einmal da innerhalb von, äh, einem halben Jahr gefühlt. Und dann hat sich das wieder, glaube ich, so ein bisschen runtergeschraubt im letzten Jahr. Und jetzt ist, glaube ich, gerade, hat sich's gut etabliert in Hamburg, der Szene auch, ja. Okay. Gut, das, das kommt mir sehr bekannt vor, dass, äh, irgendwie auf einmal gab's zehn Stück und jetzt wieder weniger. Ich bin gespannt, gespannt, was hier bei uns passiert. Ja. Aber du hast die Veranstaltung angesprochen, die du in Bremen gestartet hast, den, der Comedy-Slam ist es mittlerweile. Ähm, wie kam das denn dazu? Also wie, war das auch so, weil es in Bremen nichts gab, dass du beschlossen hast, in Bremen was zu starten? Ja, es war genau so. Ne, es war wirklich so. Ich hab, ähm, ähm, mit meinem damaligen, äh, Freund quasi, der hat überhaupt nichts mit Comedy am Hut, aber der hat mich dann ja auch natürlich so ein bisschen gesehen, wie ich Comedy anfange und der meinte, er so, ey, in Bremen gibt's gar keine Comedy-Bühne, mach doch mal was in Bremen oder lass mal was zusammen machen. Und ich so, ja, klingt eigentlich cool, so, ne, warum nicht? Und dann haben wir halt ein paar Locations angeschrieben und da gab's halt keine einzige Open Mic oder gar nichts in Bremen, ne. Jetzt gibt's ja ein paar und es gab halt das Fritz-Theater, aber da war so Comedy-Club einmal im Monat, so, ne. Und dann, wie es ja, dann haben wir ein paar Locations angeschrieben und dann halt, äh, schlussendlich den Tower, wo wir dann auch, äh, oder wo ich dann halt ja bis vor letztes Jahr noch war, bis letztes Jahr, nicht bis vor letztes Jahr, sondern bis letztes Jahr, komisch ausgedrückt. Ja, und dann haben wir da halt ein Open Mic angefangen, äh, was, das lief auch super und vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren hab ich dann gesagt, der Laden ist halt so groß, da passen 200 Leute rein und ich kann, ich krieg irgendwie immer das Open Mic nicht ganz so voll und ich mach jetzt einfach einen Comedy-Slam, einfach für, ähm, mich, für, für mich mach ich den Comedy-Slam und dann einfach nur, dann, äh, weißt du, hat man auch ein bisschen mehr als jetzt immer, weil ich hab ja dann auch zwischenzeitlich schon in Köln gewohnt, so, ne, und ich wollte die Bühne aber nicht aufgeben, weil sich das dann doch schon gut etabliert hat und ich sag, ach, ich mach jetzt einfach einen Comedy-Slam, dann kann ich ja auch ein paar Künstler von außerhalb einladen, dann geb ich ein bisschen Gage und dann mal gucken, wo es hinführt. Ja, und dann hat sich's halt mega gut aufgebaut, die letzten zwei Jahre und jetzt mach ich's ja seit diesem Jahr im Fritz-Theater. Genau, es ist halt rübergezogen, weil das direkt, die Locations direkt gegenüber von und da liegen. Ja, genau. Wie viele Leute gehen da dann rein? Da waren jetzt bei der ersten Show nur, nur in Anführungsstrichen 160, es war aber ausverkauft und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir es vielleicht noch mal ein bisschen enger platzieren, stellen und so und das dann vielleicht etwa 180, aber also, dann reicht's auch, ne, also es muss jetzt auch, dann ist es auch zu voll einfach, ja. Ja, aber cool, aber das ist doch super. Aber es gibt, du hast gesagt, in Bremen gibt's jetzt noch andere, weil das ist, das hab ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Ob's da… Es gibt ein paar Bühnen. Okay. Es gibt, äh, der, ein guter Freund von mir, der Axel Heckmann heißt der, der macht halt dort, hat jetzt angefangen, weil der vor, ich glaub, zwei oder drei Jahren, ich weiß nicht, Axel, wenn du das jetzt hörst. Meld dich. Ja, melde dich bei mir. Ähm, ich glaub, er ist vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich weiß nicht, irgendwann in den letzten zwei bis drei Jahren, ist dann nach Bremen gezogen von Berlin und hat in Berlin schon angefangen, ein bisschen Stand-Up zu machen und meinte dann, ja, er will auch irgendwie in Bremen was machen und dann haben, waren wir irgendwie so drei Leute in Bremen, die Stand-Up gemacht haben, so, ich, Axel und noch ein anderer Typ. Und es gab… Riesst ja auch kein wöchentliches Aufmerksamkeit damit. Es ist auch so geil, ne, was so drei Leute. Mhm. So, und dann waren wir ja auch mal bei Kunst gegen Bares, da geht man ja auch gerne hin und dann, naja, kristallisierte sich doch jemand draus, der macht Stand-Up, machen wir noch jemand. Naja, und dann hat Axel gesagt, ja, ich mach mal jetzt eine Bühne, dann hat er eine gemacht, die war dann auch schnell vorbei wieder, weil die Location irgendwie nicht passte. Und auf jeden Fall macht er jetzt seit letztem Jahr, ähm, regelmäßig Open Mics in der, in irgendeiner Kraftbar, Kraftbier oder so. Ich, oh Gott, ich weiß es nicht, ich bin so schlecht. Kraftbier, muss man auf jeden Fall mal gucken unter Stand-Up-Comedy Bremen, äh, nicht, das ist meine Seite. Nee, äh, Stand-Up Bremen oder so, ich weiß nicht genau. Kraft, äh, Gondi, auf jeden Fall Gondi ist eine. Bar, dann gibt es noch Cats-Comedy von der Caro. Also es gibt jetzt mittlerweile, glaube ich, drei Open Mics in Bremen. Also finde ich schon nicht schlecht. Das ist megagut. Das ist schon mal geil. Das ist super. Also, also auch, weil man denkt dann immer irgendwie an, ja, München, Berlin, Hamburg, aber, äh, dass das überall sonst auch was am Wachsen ist, das läuft alles noch so ein bisschen unterm Radar. Aber das ist auch, also auch in Stuttgart gab es jetzt ein paar Jungs, die, die, äh, Open Mics, äh, irgendwie mal, äh, versucht haben, irgendwie in Planung sind und so weiter. Ja, die, mit denen kriege ich das ein bisschen mehr. Das ist cool, dass so auch quasi die next größeren, kleineren Orte sich da auch anschließend. Und du einfach jetzt immer, wenn du irgendwo hinfährst in dem Ort, einfach irgendwo auch eine Comedy-Show spielen kannst. Das ist schon geil, ne? Das ist mega, das, das freut mich, dass sowas langsam kommt. Ähm, äh, ein Thema, das mich sehr interessiert, was du angesprochen hast, ist Workshops. Ja. Du hast einen Workshop gemacht. Mhm. Viele, viele Monate. Ich habe eine klare Meinung zu Workshops, deswegen interessiert es mich. Ach so, ja, okay. Was ist deine Meinung zu Workshops? Meine, meine Meinung zu Workshops ist, wenn du weißt, wie es läuft, warum muss ich dir dann 500 Euro zahlen, dass du es mir beibringst? Ach so. Ähm, ja. Also wie, wie? Soll ich dir mal, soll ich dir jetzt mal eine Erfahrung zu dem Workshop machen? Sehr gerne, sehr gerne, weil ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Also ich würde, ähm, ehrliche Meinung, das jetzt auch niemand im F. Okay. Also von daher, es war für mich cool, es war für mich der Startschuss, das alles in Gang zu bringen. Aber am Ende des Tages wäre es, glaube ich, cooler gewesen, wenn ich einfach mir gesagt hätte, Christine, du hast jetzt hier dir fünf Sachen ausgedacht oder du hast jetzt hier eine lustige Geschichte ausgemacht. Ich meine, man weiß ja auch gar nicht am Anfang so, wie so ein Gag manchmal funktioniert für einen. Denn man kann ja auch mal nur mit einer lustigen Geschichte auf die Bühne gehen und jetzt nicht alle Minuten Lacher generieren, sondern man kann einfach auch mal sagen, okay, ne. Aber ich habe mich damals einfach nicht getraut und dachte, okay, ich mache diesen Workshop und dann gucke ich halt, ne. Und, ähm, aber ich würde es keinem empfehlen. Und ich weiß, dass es diesen Workshop auch noch gibt und ich kenne auch Leute, die da waren und es ist auch alles gut. Das muss ja jeder selber am Ende des Tages wissen, aber ich glaube, es ist einfach cooler, besser, wenn man einfach rausgeht und, äh, direkt guckt und nicht irgendwie, klar kann man auch, wenn man jetzt irgendwie an sein Programm schraubt, sagen, okay, ich hole mir nochmal jemanden dazu, der sich damit auskennt und der soll nochmal meine Gags drüber schauen oder, ey, ich spiele die Nummer, hast du da noch irgendwelche Ideen dazu? Ist ja was ganz anderes, weil da steht ja schon im Prinzip, alles, was du hast, muss ja nur verfeinert werden. Aber so am Anfang zu sagen, ja, ja, du bist lustig und wenn du lustig sein willst, musst du das und das machen. Hast du auch schon mal einen Workshop gemacht? Äh, nicht direkt. Ähm, also ich krieg, krieg, äh, einerseits mit, was für Leute Workshops geben, die ich schon auf der Bühne gesehen hab, wo ich mir denke, nö. Ja, es ist auch krass, ne? Ja, ähm, nee und, äh, also das bisschen Erfahrung, das ich hatte, es war jetzt kein, kein Workshop, aber es gibt halt einfach auch Leute, die, oder das passiert wahrscheinlich auch, auch unfreiwillig, die einfach ihren eigenen Stempel aufdrücken. Wenn du noch nie auf einer Bühne standest und dann empfiehlt er dir, was, was bei ihm geholfen hat, dann übernimmst du das. Ja, voll. Aber es kann sein, dass es überhaupt nicht dein, dein Ding ist und so weiter. Nee, das stimmt, äh, ja, das stimmt, das ist wirklich so, weil, äh, das war nämlich in dem Workshop, wo ich war, auch so ein bisschen so, ja, wir machen das so und so und das ist so, da, so, wir, die haben jetzt nicht gesagt, dass das der einzige Weg ist, aber so, ja, so geht man das an und das ist natürlich auch eine Technik einfach, aber, ähm, es ist total wichtig, erst mal sein eigenes Ding zu finden. Und, ähm, aber ich glaube, das dauert ewig, also bei mir hat es ewig gedauert, weil ich glaube, man kopiert dann, man sieht dann andere Künstler und denkt sich so, oh, der ist cool, ich probiere das mal so wie der. Unterbewusst, glaube ich, auch oft, so, ne? Ja, okay, die halten alle die Hand am Ständer. Ja, okay, ich lege auch mal meine Hand am Ständer. Okay, ich lasse das Mikrofon mal im Ständer. Äh, okay, ich gehe einfach mal, äh, ich wollte gerade sagen nackt auf die Bühne, aber so, ich gehe einfach mal so und so auf die Bühne, oder, der macht das auch immer so, der geht auch immer so auf die Bühne. Also, müssen wir erst mal das, also man kopiert ja immer, um dann irgendwann herauszufinden, was ist eigentlich meins. Also, manche haben das gleich, aber manche brauchen einfach dafür länger, so wie ich. Ja, aber das ist ja ganz normal. Es gibt ja auch, also, jetzt nicht nur, was die, was dein Verhalten auf der Bühne angeht, sondern auch, äh, inhaltlich oder wie du eine Geschichte erzählst. Äh, gibt's auch so Sachen, wo ich mir denke, wenn ich mir Videos von mir vor einem Jahr angucke, wo ich's halt auch schon irgendwie zweieinhalb Jahre gemacht hab, äh, was ich heute so komplett anders mache. Ja, ist schon krass, ne? Ähm, oder dann passiert halt irgendwie, du, also bei mir war das mal so, ich hab gemerkt, im Crowdwork, wenn ich mit den Leuten spreche, verhalte ich mich irgendwie anders, wie wenn ich ein Bit spiele, äh, und hab dann eben versucht, diese Energie irgendwie auch mal in eine Nummer zu verpacken und so. Und dann hat sich da ja auch einiges verändert für mich und sowas und das ist halt auch einfach. Ja, krass. Einfach was, was, glaube ich, einfach viel mit der Zeit, mit der Zeit kommt und was dir auch niemand beibringen kann und jemals beibringen wird. Ja, das stimmt, das mit dem, äh, Publikum, Crowdwork und dann in die Nummer, das hab ich auch manchmal, das hab ich auch, äh, also, merke ich auch teilweise noch einen Unterschied, wo ich denke, okay, warum falle ich jetzt irgendwie zurück oder warum bin ich jetzt so anders, aber vorher war ich so locker und, naja, aber es ist auch manchmal tagesformabhängig einfach. Total. Ich merke das, wenn ich, wenn ich, äh, meinen Open Mic moderiere und dann, äh, eigentlich die komplette zweistündige Show nur mit den Leuten spreche, wirklich keine, keine Sekunde Material spiele, aber dann zwischendurch merke ich, okay, es ist die Stimmung unten jetzt, der hat gerade nicht so abgeliefert, ich muss jetzt, um dem Nächsten wieder den, den normalen Rahmen zu bieten, versuche ich jetzt, oder spiele ich jetzt mal eine sichere Nummer von mir und dann merke ich, ich, komplett anders, äh, weißt du, du sagst, mit Mikroständer ist total witzig, wenn ich mit den Leuten spreche, dann bin ich da festgeklebt an dem Ding, aber sobald ich in eine Nummer gehe, lasse ich den los. Ach, krass. Weißt du, was du meinst, so, so mit Material, dass man eigentlich schon lange gespielt hat oder halt irgendwie schon, ja, länger, länger spielt und dann auf einmal spielt man es nochmal wieder oder wann, irgendwann merkt man so, hä, ich bin da irgendwie rausgewachsen, das ist irgendwie anders. Ich bin jetzt auch bei einer Nummer, die ich halt, ähm, schon ewig, also seit einem Jahr mindestens, äh, regelmäßig auf Mixshow spiele und ich merke, okay, mir macht das halt noch Spaß, aber ich merke so, wenn ich da eine neue Nummer spiele dazwischen, denke ich so, äh, okay, das ist total andere Heranredensweise gewesen, wie ich die eine Nummer geschrieben habe und wie ich jetzt sie geschrieben habe. Das ist so krass. Ja. Irgendwie. Aber, äh, es ist ja eine ständige Veränderung. Ja, klar. Es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwann mal fertig bist. Nee, eben. Irgendwann machst du das Ding und dann hast du deine Persönlichkeit gefunden. Das finde ich auch so schön da dran. Ja. Ähm, aber du hast jetzt ein, ein Solo anstehen. Genau. Im, äh, Ende April. Ja, wenn es dann stattfindet. Oh Gott, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, Ende April. Ich hab das gerade vergessen. Nee, ich, ja, ich, ich wollte auch nicht drüber nachdenken, aber es ist ja noch ein bisschen hin. Da kann man ja nur hoffen, dass die Leute dann so hungrig sind. Und denken so, ach, ich geh jetzt mir das Solo von der Christine anschauen. Ja, ähm, nee, aber das ist, ähm, wie, wie war das da für dich? Wie hast du das, äh, ist das schon fertig? Ja, ich hab das ja schon einmal so gespielt, ähm, jetzt letztes Jahr im Köln Comedy Festival, äh, im November. Und, äh, da war ich erstaunt. Da war ich wirklich erstaunt über mich selber, dass ich das erstens alles behalten habe und zweitens, dass das alles so ineinander gegriffen hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also, äh, übst dann die Nummern und denkst, okay, dann kommt die Nummer, ne, so ein dramaturgischer Faden oder so einen roten Faden willst du dir auch bauen. Und dann ich so zu Hause ganz so überlegt, ich so, wie, setz ich was, wo und keine Ahnung von nichts. Ich hab mir auch von niemandem helfen lassen, weil ich wollte das einfach alleine jetzt mal kurz durchziehen. Und ich so, wie mach ich jetzt was, was mach ich dann, was mach ich wo und, oh Gott, oh Gott. Und dann, ähm, war ich aber so locker und so cool und es hat so Spaß gemacht und ich so, cool. Und dann, als es dann am Ende, als es dann vorbei war, war ich so, oh, jetzt ist ja schon vorbei. Ja, das ist das Schönste, das ist das Schönste Gefühl. Ähm, wie lang, war das dann länger oder kürzer, als du es antizipiert hattest? Ne, es war, äh, ein bisschen, die erste Hälfte war ein bisschen kürzer, würde ich sagen, weil ich nicht genau wusste, wo ich den, die Pause umsetze. Und ich so, okay, ich setze die Pause jetzt da. Und das würde ich jetzt aber in dem neuen, also in dem neuen, Anführungsstrichen, in dem Solo, dass ich jetzt Premiere quasi habe, würde ich das jetzt anders setzen. Aber, ne, es war ein bisschen kürzer, die erste Hälfte einfach, aber das war jetzt nicht schlimm. Ja. Ähm, hast du eigentlich noch nebenbei Schauspielerjobs oder bist du jetzt gerade? Ja, ich bin angestellt von dem Theater. Ah, sehr gut. Also, ist jetzt auch eher so, ähm, Tourneetheater nennt sich das. Das heißt, wir fahren auch immer viel rum. Äh, ich war nämlich jetzt zum Beispiel am Donnerstag, habe ich in Nürnberg gespielt, Theater. Ähm, ich sage jetzt nicht, bei welcher Firma. Doch, nein, ich sage nur, wir spielen so Krimi-Dinner, aber ich sage nicht, bei welcher Firma am besten. Nachher war es so lustig, weil, äh, ich hatte jetzt neulich bei einer komischen Nacht zwei Krimi-Dinner-Stammgäste im Publikum sitzen. Und es war so weird, weil ich die ja, also die waren öfter mal bei Stücken und ich habe die gesehen in der, also, und dann rede ich natürlich nur mit denen in der Rolle. Und da stehe ich auf einmal als ich auf der Bühne und ich so, äh, ich kenne euch. Und die so, ja, wir kennen dich auch. Und ich so, ja, reden wir gleich. Weil ich wollte, ich erzähle auf der Bühne halt in meinem Solo nur ganz, ganz am Ende, dass ich Schauspielerin bin. Und in einem Mix-Schauset mache ich das nie. Weil das die Leute einfach, also, ist für mich einfach so das Gefühl, ich habe die Leute verwirrt das und die wollen das auch gar nicht genauso. Wissen, die wollen eher sowas über mich erfahren. Und, ähm, ja klar, habe ich da auch, im Solo rede ich da auch kurz drüber, ne? Aber im Prinzip versuche ich das auch eng zu vermeiden. Weiß ich nicht genau. Das ist, glaube ich, vielleicht auch nur mein Ding, aber. Aber was ist da die, die Angst, oder? Naja, meine Angst ist einfach immer, was mir auch schon bestätigt wurde von anderen Kollegen oder vom Publikum oder so. Wenn du auf der Bühne erzählst, dass du Schauspielerin bist, in einem Stand-Up-Rahmen erwarten die Leute irgendwie mehr von dir. Aber auf nicht so eine, ja, lustige Art und Weise, sondern so, ja, das ist eh alles gespielt, was die erzählt. Und du kommst dann da gar nicht mehr raus. Du bringst dich selber in eine Situation, wo die Leute dir gar nicht mehr glauben. Und das soll es ja nicht sein. Und ich meine, das ist halt, viele Leute denken, dass Schauspieler, ähm, eh die ganze, was ich da schon alles gehört habe. Manche Leute denken wirklich, ich spiele im Alltag, nur weil ich Schauspielerin bin. Ich meine, ja, genau. Glauben, ja, nichts anderes habe ich zu tun, als meine Mitmenschen zu verarschen. Du musst manchmal interessiert spielen in einem Gespräch. Ja, das ist auch gut, das kann man auch, ja, toll. Mache ich hier die ganze Zeit auch übrigens, ne? Ja, ich habe es gehört. Das merkst du schon. Nee, aber ich, ja, ich habe da irgendwie, ich fühle mich auch nicht wohl dabei, wenn ich das in so einem Mix-Shows-Set erzähle. Und ich mache das im Solo, erzähle ich das halt, dass ich halt immer auf die Bühne wollte und irgendwie dachte, okay, ich mache eine Schauspielausbildung. Und hat sich dann aber herauskristallisiert, dass ich eigentlich eher so die Lustige bin. So, na, ich weiß jetzt nicht genau, ich verpacke das dann irgendwie so. Aber dann erzähle ich dann auch, dass ich irgendwie super viel Geld dafür ausgegeben habe und natürlich jetzt jemanden authentisch spielen kann, der finanziell am Ende ist. Ja. Ja, ja. Aber genau, ja, das Theater. Und da spiele ich ja jetzt, da bin ich auch angestellt, da bin ich auch froh. Mhm. Because of the Krankenkasse. Ja, ja. Genau, ja. Ja, ist bei mir auch so. Ich bin als Comedy-Autor angestellt. Ah ja. Ja, echt, wusste ich gar nicht. Ja, da bin ich sehr, sehr happy drum. Ach, siehst du an. Aber, also ohne zu viel über die Firma zu sprechen, aber es interessiert mich, wie so ein Krimi-Dinner abläuft. Weil ich, also so wie ich das sehe, ist das, da kriegen Leute, aber es ist ja keine, also äh. Ja, ich verstehe schon, du bist nicht der Einzige, der damit irgendwie mit dem Konzept überfordert ist. Ich glaube, die größte Frage ist, wie interaktiv ist es? Ah, wie interaktiv ist dieses Stück? Weil, sonst könnte man auch einfach nur sagen, das ist ein Theaterstück, wo es was zu essen gibt. Ja. Also es gibt zwei Publikumsrollen und die Leute werden angesprochen, aber es wird nie, es gibt nur eine Szene, in der die Leute sozusagen so Scheine ausfüllen müssen und dann müssen sie sagen, wer der Mörder ist oder wer, wen sie verdächtigen. Aber ansonsten wird das Publikum nicht eingebunden. Die Leute sind immer Gäste auf einer Testamentseröffnung, auf einer Hochzeitsfeier oder, was gibt's noch? Versteigerungen. So werden die auch angekündigt. Ja, willkommen, liebe Lords und Ladies, bei dieser Versteigerung. Das heißt, man weiß, okay, das sind halt normale Leute. Also für uns ist das, glaube ich, wichtiger als vielleicht für die Gäste auch. Es ist halt das Publikum, aber es sind trotzdem irgendwie die Gäste auf dieser Versteigerung, die wir gerade spielen. Und natürlich gibt's immer Quatschköpfe, die auch, wenn die eine Rolle haben, dann irgendwie meinen, sie müssen jetzt den großen Schauspieler raushängen lassen, was immer super peinlich ist. Also wenn ihr das irgendwann mal macht, macht es einfach nichts. Es ist einfach nur, seid einfach ihr selber. Es gibt so Leute, die kommen in der Nägern und das ist einfach so peinlich anzusehen. Und es ist auch, glaube ich, peinlich für die Freunde und die Familie und für alle. Und ich bin immer so, Gott, was hat der da gemacht? Naja. Genau. Und dann, also bei uns ist das so inszeniert, dass wir quasi einen Einlass machen, auch natürlich in der Rolle. Dann spielen wir die erste Szene. Die geht meistens so 15 bis 20 Minuten. Dann passiert natürlich irgendwas in der Szene. Und dann sagen wir aber auch immer in den Rollen, weil es ist so geschrieben und so inszeniert, dass wir sagen, oh, jetzt essen wir erst mal, ne? So, und dann, so geht das dann Szene für Szene weiter. Wir spielen fünf Szenen. Die Leute kriegen vier Gänge. Und am Ende gibt es dann natürlich eine Aufklärung, wer jetzt der Mörder ist oder war. Ja. Und dann gehen die Leute meistens glücklich nach Hause. Also, das ist halt ein lustiges, das sind alles lustige Stücke, sag ich mal. Natürlich auch ein bisschen dramatisch sein. Es ist leichte Unterhaltung. Aber ich habe da noch selten einen unzufriedenen Gast rausgesehen. Und ja, es ist gut. Es macht auf jeden Fall Spaß. Das klingt ja so echt spannend. Also, was ich so irgendwie befürchtet hätte, wäre irgendwie so, das ist so Escape Room-mäßig. Irgendwie sind Fünfergruppen da rein und jeder hat irgendwie eine zugedachte Rolle. Und irgendwie sind Schauspieler aus Rum und so. Das gibt es ja auch alles. Nee, gar nicht. So ist das halt nicht. Ist auch ganz angenehm. Weil sonst, also, nee. Also, das wäre dann wirklich halt eher so animationsmäßig ja fast. Und so ist es ja schon eine feste Rolle, die ich dann spiele. Und die, ja, genau. Ja, weil sonst, ach Gott, oh Gott, oh Gott. Weil die Vorstellung irgendwie. Also, das wäre sehr gutes Material wahrscheinlich, was die Leute da teilweise. Aber nee, also die klare Trennung zwischen Bühne und Publikum ist, ist gegeben. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Okay, sehr gut. Brauchst du keine Angst haben. Ich muss es mir machen. Falls du mal kommen solltest. Ja, nee, es ist, nee, sowas ist ja sehr schlimm. Es ist ja auch bei Stand-Up gerne mal so, dass die Leute das, dass den Leuten das nicht klar ist, dass hier eine klare Trennung stattfindet. Weil wir ja auch gerne mal mit den Leuten sprechen. Ja, klar. Sind sie halt der Meinung, dass die auch Zwischenfragen stellen dürfen. Ja. Ja, ich hatte jetzt bei meinem Open Mic vor zwei Wochen, hatte ich jemanden da, das waren zwei Schauspieler. Aha, oh Gott. Die beide Guido hießen. Was? Die sich aber vorher nicht kannten und an entgegengesetzten Enden im Raum saßen. Ach, krass. Und die waren beide sehr laut und extrovertiert und haben sich sehr darüber ausgetauscht, dass die beide Guido heißen und Schauspieler sind, während ich versucht habe, eine Show zu machen. Also, ich habe natürlich den einen angespielt, weil er auch unruhig war. Ja. War halt dann in dem Sinne ein Fehler, als dass er sich dadurch eingeladen gefühlt hat. Mhm. Aber, ach Gott, ey, das war echt. Also, die Comedians hatten es dann schon okay, weil ich das auch klar gemacht habe, von wegen, okay, mit mir könnt ihr jetzt irgendwie Schabernack treiben. Aber mit den Comedians, da bitte Ruhe. Da haben sie sich auch einigermaßen dran gehalten, aber für mich war das halt echt so. Oh Gott. Leute, ich will auch nur hier meine Kunst machen. Ja, das sind dann wahrscheinlich so Leute, also wenn du schon Schauspieler sagst, sie ja dann auch zu viel Geld überdragen haben in dem Moment und dann, ja. Ja, wir waren uns auch einig, weil er sagte, dass er nicht sagen darf, wo er gerade eine Rolle hat, dass er auch arbeitslos ist gerade. Aha, na gut. Aber, ja, nee, das ist gerne mal schwierig. Wie ist das, wenn du moderierst ja auch in Bremen und auch in den Komischen Club hast du moderiert. Wie ist das da, also beim Komischen Club, ich war ja da einmal vor langer, langer Zeit. Das ist ja alles doch relativ, also streng genommen stehst du vor dem Klo und hast einfach nur ein Mikro und irgendwie eine Lampe. Ist es da auch so, dass die Leute sich dazu hingezogen fühlen, mitzumachen? Ja, also es gibt immer so ein paar Quatschköpfe, was auch manchmal nicht schlimm ist, weil man sich dann darauf aufhängen kann. Aber manchmal ist es halt auch, also im Komischen Club kann ich mich jetzt gar nicht mehr so genau daran erinnern. Aber, ähm, doch, da gab es halt auch schon ein paar Zwischenrufe, aber es war jetzt nie, war jetzt, glaube ich, keine Situation, wo ich denke jetzt, boah, das war so schlimm. Und in Bremen, in Bremen habe ich ja jetzt so ein bisschen Stammpublikum mittlerweile und die kennen mich halt auch und die wissen halt, dass ich gerne mit denen rede und die dürfen dann auch was reinrufen. Okay. Ihr dürft das, die anderen nicht. Nein, die dürfen, die wissen aber, die dürfen nur bei mir was reinrufen, bei den Künstlern machen sie es halt nicht. Und ich weiß auch, wer das ist. Ah ja, okay. Und dann dürfen sie es machen und ich rede halt auch immer mit den Leuten, ne? Und dann, also ich hab, oh nein, da, okay, eine Geschichte habe ich, jetzt fällt mir wieder was ein. Ups. Oh Gott. Das war nämlich aber nicht bei einer Comedy-Show und zwar hab ich in Bremen, auch in der gleichen Location, wo ich den Comedy-Slam gemacht hatte, so einen Singer-Songwriter-Slam, Singer-Songwriter-Wettbewerb moderiert. Keine Ahnung, warum die mich gefragt haben. Auf jeden Fall hab ich dann zwischendurch so gesagt, hey, jetzt kommt die nächste Band und ihr müsst jetzt abstimmen und so. Und dann war da ein Mann dabei, Detlef heißt er. Grüße. Grüße, Detlef. Und der Sohn von dem, von Detlef, er hat an dem Abend auch an dem Wettbewerb teilgenommen. Und ich war auf der Bühne und der Laden war halt noch relativ leer und hab moderiert und dann fängt an, Detlef irgendwas dazwischen zu reden, ne? Und er ging mir richtig auf die Eier. Und dann hab ich den da auf der Bühne fertig gemacht und er war so, so, er hat das so gut angenommen und er hat das so mega lustig einfach nur. Und das Publikum so, ja geil, wie du den da so angemacht hast und fertig, das war so mega lustig. Die Leute fanden, das war trotzdem unterhaltsam, so, ne? Und ich so, ja, Detlef, jetzt iss hier mal Ruhe. Und das Lustigste ist, dass der mir jetzt halt bei Instagram, nee, bei Instagram ist er gar nicht, aber bei Facebook halt folgt und halt so voll der, voll die Verbindung zwischen uns dadurch entstanden ist und wir uns eigentlich voll mögen. Aber im ersten Mal dachte ich so, halt die Fresse jetzt einfach. Ja. Ja, aber sehr gut, wenn das, wenn das funktioniert. Mir ist es ein paar Mal schon passiert, dass ich dann Leute zu harsch angefahren hab und irgendwie die Hälfte vom Raum hat's nicht, die Hälfte vom Raum hat's nicht mitbekommen, dass der jetzt gestört hat. Und dann war ich einfach nur der Typ, der jetzt gerade Publikumsmitglieder beleidigt. Aber, aber schön. Ist auch gut. Aber schön, wenn's gut geht. Ja. Wie sieht das denn aus bei dir? Du hast jetzt eine Solo-Premiere. Hast du da Ambitionen, da eine Tour draus zu machen? Ja. Ja. Okay. Nee, auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall eine Tour machen. Ich hab jetzt auch eine Agentur quasi, die, wo wir uns halt drum kümmern und ich spiele auf jeden Fall schon mal ein Solo in Mainz, Ende des Jahres, das steht schon. Und jetzt gucken wir einfach mal, dass wir noch ein paar Termine vielleicht jetzt dieses Jahr noch reinkriegen. Also mit diesem ganzen Corona-Stress braucht man da sich jetzt gerade eh keine Gedanken drüber machen. Aber man kann ja mal überlegen und planen und ich möchte auf jeden Fall eine Tour machen. Ich möchte auch, dass das größer wird und ich möchte auch, dass da viele Leute kommen. Ja. Ja, genau. Das ist mein Wunsch. Sehr schön. Ja, traditionelle Abschlussfrage ist hier immer nach den kurz-, mittel- und langfristigen Karriereplänen. Ich glaub, der kurzfristige hast du gerade genannt. Vielleicht auch der mittelfristige. Ja, Solo aufbauen, größer machen, mittelfristig und kurzfristig. Und der langfristige Plan, glücklich sein. Nein, ich möchte natürlich auch mit meiner Comedy viele Leute erreichen und ja, einfach Spaß haben, mich weiterentwickeln. Ich glaub, das ist so die persönliche Entwicklung von mir, ist mir da auch irgendwie wichtig und dass die Leute irgendwie Spaß haben und dass man irgendwie glücklich ist. Ja. Sehr schön. Das ist eine schöne, schöne Oscar-Rede. Gibt's eine Location, von der du träumst, dass du sie voll machen möchtest? Ja. Weiß ich nicht. Ich möchte einmal, ich glaub, ich würde gerne mal ein Solo im Quatsch-Comedy-Club mal spielen. Mhm. Und gibt's sonst noch irgendwelche Locations, die ich cool finde? Oh Gott. Jetzt fällt mir jetzt nichts ein. Ich war mal irgendwo in einem richtig geilen Theater. Ah, das Schauspielhaus in Hamburg ist, nee, Entschuldigung, Entschuldigung, Schauspielhaus. Ich mein, das Talia-Theater. Schauspielhaus ist leider hässlich. Ja, nee, das Schauspielhaus ist auch schön. Aber das Talia-Theater in Hamburg ist natürlich sehr schön, aber ich glaub, da machen die keine Comedy-Shows, aber da würde ich auch gerne mal trotzdem auf der Bühne stehen. Ja, das hab ich mir auch gedacht, weil viele Amerikaner ja in dem Äquivalent von schönen alten Theatern irgendwie spielen, dass hier... Ja, das gar nicht der Fall ist. Ja, nee, Residenz-Theater hier in München will ich auch... Weil du sagst, sie machen keine Comedy-Shows, dann brauchst du eine Agentur, die das durchdrückt. Ja, echt, ne? Ja, das wär ziemlich geil. Und dann kannst du da ein Special aufnehmen für Netflix. Oh Gott, ja, das wär auch schön. Oder für Disney Plus oder was auch immer. Warum Disney Plus? Disney Plus jetzt gerade relativ viel größer wird als Netflix wahrscheinlich, weil die ja irgendwie ein viel schöneres Angebot haben. Vielleicht machen die auch Comedy-Specials irgendwann. Das stimmt. Und bin ich gern dabei. Ja, wir nehmen alles, was uns Geld zahlt. Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Ich lebe noch, Leute. Ja. Oh Gott. Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Wir beide haben ja ein großes Glück, dass wir angestellt sind. Ja. Ja, unsere Gedanken gehen raus. Ja, auf jeden Fall. Wir denken alle an euch. Und mit dieser traurigen Not. Lassen wir euch alleine. Lassen wir euch alleine. Oh Gott. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Wir lassen natürlich niemanden alleine. Deswegen an dieser Stelle jetzt auch nochmal der Aufruf an alle. Die Menschen, die davon leben müssen, haben auch allesamt Podcasts. Sie haben Bücher. Und wenn ihr Tickets habt für eine Show, die jetzt erstmal ersatzlos gestrichen ist, dann fordert euer Geld bitte nicht zurück, wenn ihr euch das leisten könnt. Unterstützt die Künstler weiterhin, auch wenn es gerade keine Live-Shows gibt. Es ist eine absolute Ausnahmesituation. Es hätte sich nie jemand träumen lassen, dass sowas überhaupt mal passiert. Deswegen bitte support your local Künstler. Und wir hören uns nicht nur jetzt jeden Freitag, sondern auch jeden Dienstag mit der Pandemie-Pause hier auf diesem Kanal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.